Moin Freunde, heute ein absolutes Banger-Video. Wir haben uns Warzone Solo-Spieler angeguckt und haben uns angeschaut, wie sieht es aktuell in Warzone in der Season 2 aus. Was für krasse Spieler sieht man? Hat man immer noch diese Hacker-Problematik, obwohl Activision ja versprochen hat, dass sie das jetzt alles in den Griff bekommen haben? Und nur ein kleiner Ausblick auf das, was ihr in den nächsten Minuten sehen werdet, Leute. Weder ist die Hacker-Problematik erledigt, noch ist es so, dass wirklich, wirklich nur gute Spieler unterwegs sind. Die Aufnahmen, die ihr gleich seht, sind nicht mit einem Reverse-Boosteten-Account aufgenommen, sondern ich bin mit meinem ganz normalen Code-War-Account in Warzone gegangen und habe die Leute beobachtet. Das heißt, die Gegner, die gleich in dem Video für euch zu sehen sind, sind ganz normale Gegner, die ich ganz normal gehabt hätte. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Der gute Maurice hat das Ganze zusammengeschnitten. Lasst gerne euer Feedback darüber da, ob euch das gefällt, wie es zusammengeschnitten ist. Lasst gerne Like und Abo da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Eine absolut coole Serie und bis morgen. Haut rein. Was geht, Leute? Herzlich Willkommen. Hallo Max, du bist heute der allererste Ehrenbruder. Ja, lasst uns mal loslegen. Ich bin mal gespannt. Und wie gesagt, Leute, ich selber werde keinen Warzone spielen. Das tue ich mir nicht an. Oh, guck mal. Jetzt bleibt er einfach von der Tür stehen. Das ist so ein Typ. Ihr lauft jetzt in das Haus rein, weil ihr noch looten wollt und er tötet euch. Und ihr sagt euch, danke. Von da vorne kamen Schüsse. Was ist... Er wird... Oh je. Oh mein Gott, das Aim. Oh nein, das Aim. Er spielt mit dem Lenkrad. Was? Das Ding trifft doch ihn jetzt. Oh, 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 oh mein Gott. Aber so knapp, Leute. Krankenstecher. Ich vermute ja. Also ich werde jetzt nicht sechs Stunden heute Warzone-Spielern zugucken, aber ich dachte für ein, zwei Runden könnte das sehr interessant werden. Ich kann nicht fassen, dass er den geholt hat. Ich kann nicht fassen, dass er ihn geholt hat. Er hat nur noch zwei Gegner. Die bekämpfen sich sogar. Ein Rose-Skin natürlich. Warum packst du die Sniper weg? Die Sniper ist doch die viel bessere Variante. Leute, der gewinnt gleich. Das ist der Frau. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. das ist der dem wir nicht zuschauen konnten was Jetzt hat er Probleme in den Bus zu kommen. Und wir nennen ihn Timmy Wir nennen ihn Timmy. Das ist einfacher. Timmy hat eine Aufgabe. Ich glaube Timmy möchte gerne die Lupen Mission machen. Er scheint aber ein bisschen Angst zu haben dahin zu gehen. Jetzt ist er vollkommen überfordert. Unten kommt die Warnung für ihn. Und er ist völlig überfordert gerade. Ich glaube Timmy weiß nicht mehr was er jetzt tun soll. Leute, Timmy ist doch kein Spieler. Das ist doch ein Bot. Schade Timmy. War eine gute Runde von dir. Das ist doch kein Spieler. Okay. Das ist der neue Timmy. Der neue Timmy hat zwei Kills immerhin. Das muss man ihm lassen. Hat 20.000 auf dem Konto. Also. Nein. Der macht doch jetzt. Der macht. doch jetzt nicht einen Kill. Er hat einen Kill gemacht. Er wollte einen Blitzschlag nehmen und ist runter geflogen. Das muss man ihm machen. Was beobachte ich hier? Was? Was? Das Angebot bleibt. Wenn Timmy diese Runde gewinnt. Gibt es fressig wieder irgendwas. Was? Hey, willst du mich verarschen, Mann? Auf sich. Er hat einen Sensor. Nein, nicht dein Ernst. Du wolltest jetzt nicht ins Regal kriechen. Du willst doch nicht in so einen Ikea. Timmy ist leider gestorben durch einen Camper in einem Warzone Solo. Nein, jetzt wird er überfahren. Was ist das? Was ist das? Komm, dann zeig mir mal die LKWs. Ein LKW? Ein LKW? Was sind das für Bots? Da kommt einer hin. Was? Jetzt hat der andere ein Auto. So. Sag mal, Leute. Was hat denn das mit einem Batoyal zu tun, Alter? Was hat denn das mit einem Batoyal zu tun? Jetzt will er den anderen wie ein Monster Truck überfahren. Oh, jetzt ist er ausgestrungen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ha 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 ganz schnell nach landen was er hat ein bot und wall heck leute ich fasse es nicht leute das ist zufall was ihr da seht das ist kein hacken leute das ist zufall yes 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 not 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 but not 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 not